Du suchst den besten 1000 Euro Gaming-PC, den es aktuell trotz der ganzen Chip-Knappheit gibt? Dann hast du ihn hier mitgefunden. Zum selber bauen oder zum Fertigkaufen in großer Stückzahl verfügbar. Ab geht's! Den letzten 1000 Euro Gaming-PC mit der RTX 3060 habt ihr meinem Partner Memory PC ja förmlich aus den Händen gerissen und aufgrund der Änderungen auf dem GPU-Markt gibt es heute die neueste Version des 1000 Euro Gaming-PCs. Die Basis bei diesem PC ist ein B560 Mainboard. Ich setze auf ein ASRock B560 Pro 4 RTX Mainboard mit einer sehr guten Spannungsversorgung, dem guten ALC897 Soundchip, PCI-Express 4.0 für GPU und M.2 SSD, sowie zwei 4-Pin als auch zwei 3-Pin RGB-Anschlüsse. Durch den B560-Chipsatz lassen sich Core i10.000 als auch 11.000 CPUs nutzen und hier setze ich auf einen Core i5-10400F, der aktuell beste Prozessor für unter 150 Euro. Sechs Kerne, zwölf Threads, 4 GHz auf allen Kernen. Dank des B560-Chipsatz lassen sich Arbeitsspeichermodule mit 3000 MHz sinnvoll nutzen. In der Summe ist der i5 die deutlich sinnvollere Wahl gegenüber dem alten Ryzen 5 3600. Das habe ich euch ja bereits neulich erst in meiner Prozessorkaufberatung gezeigt. Schaut gerne vorbei, falls ihr mehr Leistung haben wollt, als beim i5 geboten wird. Kostet natürlich dann etwas mehr Geld. Auf dem ASRock sitzen dann 16 GB G-Skill Aegis, 3000 MHz CL16 Arbeitsspeichermodule, die für Gaming und Full-HD-Videoschnitt natürlich auch für Streaming vollkommen ausreichend sind. Man könnte jetzt auf den Intel-Boxkühler setzen oder, so wie ich, auf einen Ben Nevis Advanced Black mit RGB-Beleuchtung. Ich tendiere ja mehr zum Ben Nevis, da dieser einfach die CPU besser, leiser und natürlich mit RGB schöner kühlt als der Intel-Boxkühler. Die Beleuchtung kannst du über das Mainboard bzw. ASRock Polychrome anpassen. Dann gibt es noch eine 480 GB SSD und ein 500 Watt Netzteil von BeQuite. Letztere ist für das gesamte System mehr als ausreichend. Und auf unserem Channel und unserer Website gamingguides.de findest du weitere Gaming-PCs für jeden Geldwörtel ist etwas dabei. Deine Anlaufstelle Nummer 1, mehr dazu in der Beschreibung. Denk dran, du brauchst noch Windows, das gibt es bei CDK-Deals aktuell im Sale und mit dem eingeblendeten Code sparst du nochmal richtig Moneten. Den Key findest du in deinem CDK-Deals-Account, den einfach kopieren und im Windows-Aktivierungsassistenten einfügen. Nerviges Wasserzeichen, adieu. Mehr dazu in der Beschreibung. Die Grafikkarte war ja zuletzt eine RTX 3060, das ist heute leider nicht mehr möglich. Aber zum Glück gibt es eine Alternative, die weniger kostet und teilweise sogar mehr Leistung bietet. AMD RX 6600 XT, eine Karte, die in der aktuellen Zeit einfach super hilfreich ist, für alle, dessen Budget bei roundabout 1000 Euro begrenzt ist. Die RX 6600 XT bietet 8 GB Videospeicher, PCI Express 4.0 und zum Beispiel wie hier in der Sapphire Pulse-Version zwei 85mm Lüfter und ein schickes Design in der sehr beliebten Farbkombination schwarz-rot. Übrigens ist die Karte super effizient, wodurch das 500 Watt-Netzteil locker ausreicht. Die gesamte Hardware wurde von mir in dem sogenannten SQ Tower 01 verbaut, ein schicker Tower mit vier RGB-Lüftern und gutem Airflow. Die Beleuchtung lässt sich zusammen mit dem RGB beleuchteten CPU-Kühler ohne Probleme über das Mainboard steuern. Der SQ Tower bzw. der gesamte PC ist bei meinem Partner Memory PC in hoher Stückzahl verfügbar. Ich habe mich erneut für euch eingesetzt, damit ihr den bestmöglichen PC auch kaufen könnt. Mit dem eingeblendeten Code sparst du nochmal 20 Euro bei diesem System, dann kostet dich das Teil 1160 Euro inklusive Zusammenbau und Garantie. Und gerade durch Zufall gesehen bekommst du nochmal 1,8% Cashback über die Browser-Erweiterung von Shoop. Das sind auch nochmal knapp 21 Euro. Also auf jeden Fall kannst du hier einiges noch an Geld rausholen. Falls du dann doch lieber selber bauen möchtest, um auch hier noch ein paar Euro zu sparen, benötigst du noch ein anderes Gehäuse. Denn den SQ Tower 01 gibt es im Handel noch nicht zu kaufen. Meine Empfehlung, Cooling Observatory Light. Und ja, falls du nicht weißt, wo du jetzt irgendwas genau platzieren musst, Stecker, Anschlüsse oder ähnliches, dann schau dir unbedingt meine ausführliche Anleitung an zum PC selber bauen. Video dazu als auch zum Case und dem Rest findest du in der Beschreibung. Hier nochmal ein kleiner Reminder. Für diesen PC brauchst du idealerweise noch einen guten Gaming-Monitor. Und hier gibt es dank meiner neuesten Monitorkaufberatung für jeden Geldbeutel den besten Monitor. Auch dazu findest du mehr in der Beschreibung. Aber jetzt kommen wir endlich zum Test und wir fangen an mit dem 3D Firestrike Benchmark. Hier gibt es über 21.600 Punkte und in TimeSpy gibt es über 9.100 Punkte. In beiden Fällen ein Top-Ergebnis und besser als der letzte 1.000 Euro Gaming-PC. In Rainbow Six Siege bei Full HD und dem Preset sehr hoch gibt es im Schnitt 250 FPS, teilweise sogar 300 FPS und mehr. Und damit läuft Six Siege natürlich extrem flüssig. Assassin's Creed Valhalla freut sich enorm über die RDNA 2 GPU, denn in Full HD und dem Preset hoch gibt es im Schnitt 85 FPS, was auf jeden Fall sehr lobenswert ist. Call of Duty Warzone in Full HD und hohen Einstellungen. Hier gibt es im Schnitt 100 bis 110 FPS. Sofern du die ein oder andere Option noch etwas verringerst, sind dann auch die 144 FPS drin, was auf einem Monitor wie beispielsweise diesem AOC, den ich nutze, schon echt Laune macht. Wechseln wir zu Apex bei Full HD und hohen Einstellungen. Hier zeigt sich, dass Apex mit 150 FPS im Durchschnitt richtig gut läuft. Natürlich ohne Probleme, ohne nervige Mikroruckler. Borderlands 3 bei Full HD und hohen Einstellungen läuft auf diesem PC ebenso easy-cheesy mit 95 FPS und mehr. Unser allergeliebtes Fortnite läuft mit Full HD und dem Preset hoch ohne Schatten, auf diesem PC mit 200 FPS im Durchschnitt auch richtig gut. Last but not least, Valorant in Full HD und maximalen Einstellungen. Okay, gut, das rennt an sich auf jeder coolen Mikrowelle. Auf diesem PC gibt es ohne Probleme über 250 FPS. In der Summe eine Top-Leistung, die uns dieser PC bereitstellt und je nach Spiel mal schneller, aber auch teilweise minimal langsamer als der letzte 1000 Euro PC mit der RTX 3060, was vollkommen normal ist, denn es gibt Spiele, die bevorzugen einfach Nvidia-Grafikkarten, andere Spiele hingegen wiederum AMD-Karten. Die RTX 3060 ist aktuell keine sinnvolle Option. Sie ist einfach viel zu teuer und nur um sie nutzen zu können, müsste man sich bei den restlichen Komponenten extrem einschränken. Es wäre möglich, aber über die Sinnhaftigkeit dieser Idee brauchen wir uns nicht weiter unterhalten. Wenn du diesen PC willst, dann check unbedingt die Videobeschreibung ab. Du findest dort alles verlegt, was du brauchst. Danke für deine Zeit. Vergiss nicht, den Channel zu abonnieren. Und dann bis neunlich ganz genau. Ciao. Ciao.